Hallo ihr Lieben! Ja, heute gibt es mal einen Steckrübeneintopf. Ich habe das noch nie gemacht, mit einer Steckrübe irgendwie was angefangen. Ja, diese Steckrübe stammt mal wieder aus der Magic Bag. Magic Bag ist ja nun mal eine Überraschungsbox oder Tüte. Und ja, jetzt sitze ich hier auf dieser Steckrübe und muss irgendetwas damit zaubern. Deswegen gibt es heute einen Eintopf. So sieht sie aus. Die kam schon halbiert, lag die da in der Kiste, aber das ist ja egal. Die andere Hälfte wird auch noch genommen. Ja, ich bin schon gespannt, wie das so geschmacklich wird. Das berichte ich euch dann hinterher, wenn es fertig ist. Ja, und ihr wisst ja, meine heißgeliebte Stangsellerie, die werde ich jetzt einfach auch mit da rein verarbeiten, dass die einfach auch wegkommt. Und ja, ich habe ja damit schon mal ein Experiment gemacht. Das seht ihr auch auf meinem Kanal. Da guckt auch mal vorbei. Ich kann es euch auch gerne mal hier oben in der Infobox mal verlinken. Und ist ganz witzig. Also auf jeden Fall kommt es in die Suppe und dann haben wir das erstmal wieder verwertet, bis die nächste Magic Bag kommt, wenn denn überhaupt. Weil ich habe natürlich auch hier meine Essenssachen oder mein Gemüse, das muss ja auch erstmal verwendet werden. So, ja, dann legen wir jetzt zu dem Eintopf los. Ja, als erstes gebe ich hier eine halbierte Zwiebel rein. Und dann werde ich das jetzt erstmal zerkleinern bei drei Sekunden Stufe 5. Und jetzt kommt 400 Gramm Steckrübe dazu. Also vom Geruch her ist es wie eine Kohlrabi. Und von dem ganzen Handling oder vom Schneiden her, da ist sie wie so eine Art Kartoffel, kann man sagen. Aber auch wie Kohlrabi. Also es ist ja Verwandtschaft, will ich mal sagen. Verwandtschaft von der Kohlrabi. Und deswegen riecht sie auch so und fühlt sie sich auch so an. Ja, ich gebe schon mal einen Teil rein. Den Rest muss ich nur schnipseln. So, die Steckrüben sind drin. Jetzt kommen die Karotten. Da kommen 180 Gramm. Und zwar in so Scheiben. Ups. Nun kommen noch 300 Gramm Kartoffeln dazu. Nun gebe ich hier noch Stangensellerie rein. Die habe ich jetzt hier so geschnitten und nochmal schön gewaschen eben. Und die schneide ich jetzt noch so klein. Nun gebe ich noch zwei gehäufte Teelöffel von der selbstgemachten Gewürzpaste hinzu. Ihr seht, ich kann auch bald mal wieder Gewürzpaste machen. Das habe ich schon mal verfilmt. Ich kann euch das gerne oben nochmal in die Infobox reinstellen. Das ist nämlich ein ganz tolles Rezept. Ich liebe das. Das ist richtig schön. Ein Glas habe ich noch im Kühlschrank. Aber bald ist es wieder soweit. So, nun kommt Wasser hinzu. 600 Gramm. Dann ein Lorbeerblatt. Dann Thymian. Ein Teelöffel Thymian. Dann ein Teelöffel Salz. Einen halben Teelöffel Pfeffer. Zwei Priesen Zucker. Zwei Priesen Zucker. Ups. Ein bisschen viel, aber wir werden es überleben. So, dann kommt der Deckel drauf. 25 Minuten, 100 Grad, Linkslauf, Stufe 0,5. Ja, jetzt ist das hier schon mal fertig. Seht, wie schön das aussieht. Toll. Zeige ich euch das nochmal her. Och, schön. Na, da freue ich mich schon drauf. Prima. So, da kommen jetzt noch wieder Würstchen dazu. Und dann wird das Ganze nochmal für drei Minuten gegart. So, die Würstchen sind jetzt drin. Deckel drauf. Drei Minuten, 100 Grad. Linkslauf, Stufe 0,5. So, ihr Lieben. Das ist jetzt hier fertig. Also, es sieht richtig gut aus. Ja, und jetzt werde ich es mal probieren. So, ihr Lieben, schaut. Ich habe immer noch so viel übrig. Ich glaube, in den nächsten Tagen wird nochmal Steckrübe geben. Weil ich muss das ja irgendwie verwerten. Aber vielleicht finde ich noch ein anderes Rezept, als wie schon wieder eine Suppe. Mal gucken. Irgendwas habe ich noch gesehen, dass man das auch noch irgendwie in den Backofen stecken kann oder so. Ja, dann muss ich erst nochmal ein bisschen gucken. Also, seid gespannt. Vielleicht kommt nochmal darüber ein Video. Ich muss aber erst mal gucken. Nach einem Rezept. Ja, jetzt werde ich erst einmal das hier probieren. Ich habe mir jetzt erst mal nur in eine kleine Schale gegeben. Zum Testen. Ohne Würstchen. So ist die Suppe. Schmeckt richtig lecker. Mh. Weißt du was? Kann ich mir auch gut vorstellen, dass man das mal einfriert. Und dann kann man sich immer ziehen. Kann man also schon gut vorkochen. Am Abend vorkochen, am nächsten Tag in die Mikrowelle. Oder eben auch ein Gefrierschrank und ein andermal gegessen, wie man halt will. Mh. Richtig lecker. Wisst ihr, was das Tolle ist? Dass die Stangensellerie auch gleich mitverwendet wurde. Also die merke ich hier überhaupt gar nicht. Also. Schmeckt richtig lecker. Ich denke mal, da wird sich meine Mannschaft da drauf stürzen. Mh. Also das Rezept kann ich echt euch empfehlen. Richtig lecker. Also man merkt keine Stangensellerie. Ja und dieses diese Steckrübel jetzt merke ich so jetzt auch irgendwie nicht so. Weiß ich nicht. Wenn ich mir mehr nehme. Vielleicht merken wir es dann. Aber. Diese Steckrübel, die hat ja eigentlich auch nur nach Kohlrabi gerochen. Okay. Es ist ja auch eine Verwandte. Und. Da muss sie ja so riechen wie die. Oder. Aber ich rede jetzt von Gemüse. Und nicht von Menschen. Ähm. Jetzt muss ich erst mal selber drüber lachen. Oh nein. Also auf jeden Fall. Ähm. Ja. Lässt sich auch so schneiden. Wie eine Kohlrabi. Und. Aber. Lässt sich nicht roh essen. Also. Das muss schon gekocht werden. Äh. Ja. Äh. Noch ein Späßchen. Und zum Abschluss. Ja ihr Lieben. Wenn euch das Video gefallen hat. Geht mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.